neuen video wwe superkarts heute werden wir mal was ganz spezielles machen was ich aber jetzt öfters machen werde schreibt es in die kommentare euer team bei wwe superkarts wo ihr drin seid dann besuche ich ist ich weiß jetzt nicht weil es ja das erste video so ist welchen team wir besuchen deswegen nehmen wir jetzt einfach mal mein team das ist jetzt hier ich mache mal einen moment ja so die legendären wenn wir nicht freuen könntet ihr kommen wir sind aber voll ich schreibe auch in die kommentare wenn ein platz freies ihr könnt gerne kommen ich glaube da haben wir nichts dagegen wenn ihr ja ultra selten seit wer schon minimum gut ja prissy ist ep schräger ist legendär rumpelfeld ist legendär wir können uns eigentlich auch so machen ich bin so team deck ansehen das wollte ich ja da sehen wir die karten von drüdiger und so weiter auf den brav der herz hier den brenner auf ultra selten funktion ja auch nice insgesamt kommen wir auf episch plus leider sehr schade hier nice einfach nur nice nikki bella auf legendär speziell und ich kann es ja sagen das wissen zwar bestimmt viele aber in den ring domination werden auf legendär der ist oder survivor ist kann sich den speziellen undertaker survivor holen ist richtig nice jetzt kommen wir zu meinem tablet account und ihr könnt gerne reintun reintun ich bin wieder ja sehr gutes deutsch hier ja könnt gerne reinkommen aber ab ultra selten auf die schule gehe ich deswegen haben wir unseren schulklassenclan sind auch ein paar fremde die wir jetzt nicht so persönlich kennen aber sehr gut befreundet sind big show und freund von mir legendär ja kurze beschreibung sucht dies werden bald ein paar videos kommen jan 10 kann man sich schon denken wie er wirklich heißt auch ein freund von mir spielt nicht so lange ist auf episch schon ziemlich weit mobbi ja ist sein spitzname wird in der schule auch wirklich so genannt keine angst zu denen wird bald auch ein großes pack opening kommen kann ich schon ankündigen hoffe ich zumindest er hat gesagt er macht es ich gehe mal davon aus dass es jetzt auch macht es wird cool das sage ich euch wenn es klappt oh ich sehe gerade ich bin legendär mit meinen anderen account ich bin hier legendär mein baywild bin ich tatsächlich auf legendär gekommen hätte ich jetzt nicht gedacht ja ja denn wir wollen wissen kenn ich persönlich nicht david kenn ich auch nicht e de 007 kenn ich nicht eiswand kenn ich nicht persönlich aber ja ich bin mit ihnen in kontakt auch privat ja weiback kenn ich jetzt so auch nicht aber legendär läuft bei uns ja the man kenn ich persönlich auch nicht also sind schon ein paar dabei die wie ich jetzt nicht so jetzt kenn aber auch viele freunde von mir ja das war es zu diesem video schon leider leider kann ja noch ankündigen mit meinem king of the ring dass wir da ja eine gute belohnung holen ach nicht tabelle können wir ja mal gucken spitzenreiter spitzenreiter hey hey ja da brennt auf jeden fall nix mehr an king of the ring belohnung besonders seltene karte wir werden uns ja ich glaube ich werde es auch nur hochladen wenn wir ins halbfinale kommen viertelfinale schätzen die karte habt ihr eine seltene karte sehen wollt wie ich die ziehe finde ich jetzt uninteressant aber beim nächsten mal gibt es ja eine ultra seltene auf jeden fall was ihr sehen wollt auf meinem kanal schreibt es in die kommentare und bis dann tschau das ist ja